Hallo und herzlich willkommen Liebe Futsal Community hier zu einem neuen Podcast bei MrFutsal Wir sind am Ende des Jahres 2017 Aber anders als ihr es vielleicht bei vielen anderen Radiosendern, Podcasts oder Fernsehsendungen habt Werden wir kein Rap-Up machen von dem vergangenen Jahr Sondern wir schauen direkt in die Zukunft Denn das Jahresstart-Event beim Futsal ist immer ein ganz besonderes Und zwar das Landesausfallturnier Das wird die fünfte Version sein, die wir im Januar dann sehen werden Und zwar Landesausfallturnier in Duisburg Und wir werden heute darüber sprechen Und ich bin nicht alleine dabei, sondern Daniel Weimar Und mich freut das natürlich besonders als Landesausfalltrainer von Niederrhein Hier einen absoluten Experten zu haben, ist auch dabei Hi Daniel Hi Daniel, grüß mich So, ich hoffe bei dir ist die Vorfreude auch genauso hoch wie bei mir Man kann quasi sagen, es ist natürlich eins der absoluten Highlights Was wir jedes Jahr sehen Auch wenn das Landesausfallturnier sich Gott sei Dank zum Positiven auch weiterentwickelt Und du bist ja sicherlich auch in den Vorbereitungen extrem involviert Ja, die Vorbereitungen laufen bei uns am Niederrhein, wo ich da aktiv bin Und die Spannung steigt jedes Jahr, weil mit jedem weiteren Jahr lernt man mehr Leute kennen Man kennt sich besser und daher freut man sich auch viel, viel stärker auf Spieler, auf Trainer Also auf alle, die dort zusammenkommen Und damit ist es eigentlich, finde ich, im Jahr immer das Haupttreffen der Futsal-Community Und deshalb ganz spannend und die Vorfreude riesengroß Ja, und ich glaube man sieht es auch in den Facebook-Streams und Timelines etc., dass immer mehr wieder über das Landesausfallturnier gepostet wird Und deswegen möchten wir auch hier heute mal ein bisschen auf die Geschichte des Landesausfallturniers gucken Weil das wird das fünfte Jahr sein und kann man dann sagen, fünf Jahre Landesausfallturnier, da ist einiges passiert Und ich würde sagen, lass uns doch einfach mit der Geschichte des Landesausfallturniers starten und zurückgehen ins Jahr 2014 Als auch im Januar das erste Landesausfallturnier gestartet ist, da noch mit in Anführungszeichen ganz vielen Fragezeichen Kannst du dich noch gut dran zurückerinnern? Ja, das Turnier kam zur richtigen Zeit damals und es war damals ganz klar kommuniziert auch als Sichtungsturnier Da man damals noch viel mehr Unsicherheit über die Ligen hatte, es gab weniger Regionalligen, es gab generell weniger Ligen Und damit für die damaligen Nationaltrainer Paul Schumann sollte es eine Möglichkeit sein, zentral neue Spieler, bekannte Spieler Zu sichten und am Anfang war auch niemand so richtig klar, was ist das Ziel, wer kommt, wie wird die Qualität Also die Unsicherheiten waren auf Spieler, Vereins, Verbandsseite und auch vom DFB recht hoch, ja Ja, man kann sagen, das war das erste Mal, als wirklich alle der Frutzer Community dann zusammenkamen Weil es gab ja noch keine großen Regularien, wer jetzt nominiert werden durfte und wer noch nicht Und ich kann mich relativ gut zurückerinnern, dass man sich da noch nicht so gut kannte, wie du schon gesagt hast Jetzt kennt man viele Spiele, viele Trainer über die Jahre und da war es noch ein bisschen jeder für sich Und das erste Mal, als man wirklich dann versucht hat, auch über die unterschiedlichen Verbände sich da zu messen 2014, da waren die Regeln auch insofern anders, dass man hat genauso über fünf Spieltage gespielt Nach dem Hammers-Modell, willst du versuchen, das nochmal kurz zu erklären? Ja, am Anfang war auch die Skepsis gegenüber diesem Modell recht groß Da viele aus dem Fußballbereich, auch das aus dem Fußball-Nachwuchsbereich nicht kannten Bei dem Hammers-Modell geht es ganz klar darum, ein sehr spannendes Turniermodell für fünf Spiele zu schaffen Bei 22 Teams ist das gar nicht so einfach Und hier versucht man die Spannung dadurch zu schaffen, dass immer die Partien, die nächsten Partien entstehen Aufgrund der Rangordnung der bisherigen Spiele und dabei werden immer Tabellen-Nachbarn gegeneinander spielen Es kommt zu keinen Doppelbegegnungen, also sollten zwei Tabellen-Nachbarn bereits einmal gegeneinander gespielt haben Dann rotiert man dann die Auswahlmöglichkeiten, bis sich dann eine neue Paarung ergibt Und am Ende steht immer eigentlich das Finale, auch als letztes Spiel im Turnier Von daher ein spannender Modus für diese Umgebung Für ein Sichtungsturnier Richtig Es passt einfach, weil die Idee ist ja im Sichtungsturnier Klar, im Endeffekt möchte man als Verband oder als Mannschaft auch gewinnen Aber man möchte sichten und sichten kann man am besten, wenn man gleich starke Mannschaften Und im Endeffekt auch die besten Mannschaften gegeneinander antreten lässt Klar kann es sein, dass man eventuell zufallsgerichtet vielleicht die beiden besten Mannschaften Schon relativ früh aufeinandertreffen lassen kann Aber im Endeffekt versucht man einfach, dass man die besten Mannschaften Und die werden sich am Ende wahrscheinlich mit vier oder der Beste vielleicht mit fünf Siegen durchsetzen Ganz vorne sehen kann und so die besten Spieler hat Umgekehrt natürlich auch eventuell Verbände, die noch nicht auf so einem hohen Niveau sind Haben auch die Chance, sich dann gegen andere Verbände, die noch nicht so weit sind zu messen Sodass man da auch ausgeglichene Spiele hat Im ersten Jahr 2014 war es aber noch so, dass nicht netto 20 Minuten gespielt wurde, sondern brutto Was auch zu teilweise Sachen wie, ich kann mich nur gut an ein Zeitspiel auch mal geführt hat Was im Futsal natürlich eigentlich gar keine Sache sein kann Aber 20 Minuten brutto, da bleibt nicht mehr viel Zeit übrig Deswegen war es eine der guten Änderungen über die Jahre, die wir gesehen haben, dass der DFB sich dazu entschlossen hat Trotz der Zeitmangel, die man in diesem langen Wochenende hat, 20 Minuten netto spielen zu lassen Ja, ich kann mich da noch sehr gut daran erinnern, als Co-Trainer damals der Liederreihenauswahl Habe ich dann immer die Netto-Spielzeit mitgestoppt Da die Spieler ja auch einen Eindruck davon brauchen, wie viel Spielzeit wirklich Vergleichsweise zu einem normalen Futsal-Spiel wirklich gespielt wird Und am Ende waren es 12, 13 Minuten Netto-Spielzeit Was natürlich bei einem Gegentor schon fast die Endnot-Taktik benötigt hat Ja, ziemlich wenig Zeit, deswegen war das eine gute, wichtige Änderung Und ich glaube, das hat auch der Qualität in den letzten Jahren sehr viel beigetragen Lass uns mal auf die Sieger und auf die letzten Jahre schauen Also wir haben 14, 15, 16, 17 Ich weiß nicht, ich glaube, du hast die Finalpaarungen einmal zur Hand und kannst da durchgehen Genau, wir hatten also die Finalpaarungen beim Hammers-Modell Sind also immer das Finale sozusagen der Erstplatzierte am fünften Spieltag gegen den Zweitplatzierten Was nicht am Ende heißt, dass dann der Gewinner auch am Ende der Sieger des Turniers ist Oder auch andersherum, weil ein anderes Spiel eben besser sein kann Und wir hatten 2014 das Finale sozusagen Hamburg gegen Niedersachsen Hamburg auch das Turnier gewonnen 2015 dann Hamburg gegen Westfalen Damals schon ein futsal-taktisch sehr hohes Niveau, was wir gesehen haben Auch Hamburg als Sieger Dann 2016 im Finale diesmal Sachsen gegen Mittelrhein Sachsen mit einer ganz starken Auswahl damals am Start Hamburg damals vierter, fünfter, also jedenfalls in den Top 3 Und dann 2017 das wahrscheinlich beste futsal-indual-technische und individual-taktische Spiel mit Bayern gegen Hamburg Da die Bayern mit ihren brasilianischen Spielern ausgebildete Futsal-Teils-Profis hier aufgeboten haben Und trotzdem, so war auch die Übung in der Halle, hat man sich dann doch für den Hamburger Sieg am Ende gefreut Bayern zweiter und Westfalen ein dritter Da sieht man ja ziemlich stark, dass die Hamburger in den letzten Jahren nicht nur mit der Vereinsmannschaft Sondern auch umgekehrt mit ihrer Landesauswahl dominiert haben Was auch Sinn macht, weil im Endeffekt ja auch Großteile Spieler, die für die Vereine aktiv waren Dann für die Landesauswahl gespielt haben Und da haben sich natürlich auch große Namen in dem Landesauswahlturnier selber nochmal in den Vordergrund gespielt Ich kann mich noch gut daran erinnern, 2014 die Mannschaft um Ulusoy und auch Yassar Die da vorrangig gut aufgespielt hat Und dann später über ein sehr aktives Westfalen 2015 und 2016 hast du es gesagt Sachsen, die hatten zwei fantastische Spieler aus Tschechien dabei Nemec und Benek, die vorrangig das Spiel dominiert hatten Und ich glaube, wir haben in den verschiedenen Jahren immer Mannschaften gesehen Die es mehr als wert waren, sich das Landesauswahlturnier auch mal live anzuschauen Weil es ist nicht darauf ausgelegt, dass Zuschauer zwar gucken oder kommen sollen zum Schauen Allerdings können wir es nur empfehlen, dass man als Futsal interessierte Person in die Hallen kommt Es gibt keinen Eintritt, man kann alles frei betreten und sich die Spiele auch mal anguckt Die Intensität ist sehr hoch und in wenigen Tagen kann man so viel Futsal erleben Wie zu keinem anderen Tag im Jahr, in keiner Stadt in Deutschland jedenfalls Und damit kann man eigentlich nur jeden einladen, der aus der Region kommt, sich hier diese Spiele anzuschauen Und man sieht Nationalspieler, man sieht kommende Nationalspieler Und ja, wenn man sich zurückdenkt, Timo Di Giorgio auch 2014 direkt aufgefallen Für jeden in der Halle sichtbar, sehr, sehr talentierter Spiel Auch Micky Meyer, meine ich damals, ganz stark aufgefallen In den letzten Jahren leider etwas abgenommen mit neuen Gesichtern, muss man sagen Also die alten Gesichter nominierten immer wieder das Turnier Durch Bayern mit den Brasilianern sind neue Gesichter in das Spiel gekommen Die aber nicht relevant waren für die Auswahl Dahingehend hoffen wir auf jeden Fall, oder hoffe ich, für 2018 neue junge Gesichter zu entdecken Die auch den Sprung in die Nationalmannschaft machen können, hoffentlich Da sprichst du einen guten Punkt an Und zwar, ich meine, dieser Blog ist ja groß geworden über das Landesausfaltturnier So kann man das sagen Wir hoffen, dass wir hier und da euch auch für das nächste Landesausfaltturnier Auf jeden Fall mit den neuesten Informationen wieder versorgen können Bezüglich Paarungen und Ergebnisse Wir haben euch jedes Mal passend zu den Turnieren Im Abschluss nochmal diesen, würde ich sagen, fast schon legendären Artikel Sinnhaftigkeit des Landesausfaltturniers zur Verfügung gestellt Und dort immer wieder geschaut Wie viele der Spieler, die eigentlich beim Landesausfaltturnier mitmachen, sind wirklich Futsal-Spieler? Wie viele davon sind deutsch und können dafür auch für die deutsche Nationalmannschaft gesichtet werden? Und wie ist das Durchschnittsalter? Und wir haben die Zahlen hier nochmal aggregiert Vielleicht willst du uns einmal da durchführen Und welche Trends man erkennen kann und was wir erwarten können Auch mit den Regeländerungen für das kommende Jahr Ja, die Entwicklung war durchaus positiv im Bereich der prozentualen Futsal-Spieler Also Spieler, die in Futsal-Vereinen registriert waren Haben wir uns von 2014 von 59% der Spieler auf 67% im Jahr 2017 gesteigert Ich hoffe auch dieses Jahr hier eine weitere Steigerung zu sehen Auch positiv, die Deutschquote ist von 85% auf 89% gestiegen Wir haben dieses Jahr eine neue Regelung Die Anzahl der ausländischen Spieler, also Spieler ohne deutschen Pass Auf drei limitiert Und auch altersmäßig müssen drei Spieler U25 sein Hinsichtlich des Alters hatten wir nur für 2016-17 die Daten Und hier war es auch so, dass wir von 2016-17 den Durchschnitt senken konnten Also es wurden jüngere Spieler, mehr deutsche Spieler und mehr Futsal-Spieler Was also im Grobüberblick eine sehr positive Entwicklung ist Mit Sicht auf die Detailzahlen Vor allem im Alter ist aber die Variante sehr, sehr groß Gerade beim letzten Jahr Saarland trab in einem Durchschnittsalter von 18,5 Jahren an Und das älteste Team Bremen mit 26,8 Jahren im Durchschnitt Also da waren auch Spieler in manchen Verbänden jenseits der 35 aktiv Und das ist natürlich für die Zukunft überlegenswert Inwiefern man das einschränkt oder nicht Oder wie man auch dieses Landesauswahlturnier nennen möchte Oder auf was man den Schwerpunkt Sichtung oder Event Das ist glaube ich ganz wichtig, wenn man sich darin orientieren möchte Ich glaube die Varianz kommt auch daher Dass wir natürlich mit sehr unterschiedlichen Entwicklungsständen in den Verbänden zu kämpfen haben Wir haben auf der einen Seite Verbände Sicherlich wie Hamburg, Westfalen oder auch Richtung Berlin Wo es fast schon eine Futsal-Historie gibt Mit starken Ligen und starken Vereinen Und auf der anderen Seite, wie du es gerade genannt hast, Saarland Die gar keine Futsal-Spieler wirklich hinschicken Das soll jetzt nicht negativ bezüglich diesen eines Verbandes sein Den wir jetzt genannt haben Sondern wenn es keine Futsal-Vereine gibt Kann man auch keine Futsal-Spieler hinschicken Deswegen wurden dann hier teilweise Junioren-Mannschaften hingeschickt Die trotzdem ein gutes Niveau gezeigt haben Weil sie einfach fußballerisch fantastisch ausgebildet sind Aber langfristig möchten wir hier Futsal-Spieler sichten Und da muss eigentlich ja fast schon gegeben sein Dass Futsal-Spieler auch zum Landesauswahlturnier eingeladen werden Allerdings gibt es da ja noch bei den Regeln Ja wie soll ich sagen Schwammige Bezeichnungen oder Dahl? Weil man kann im Endeffekt als Fußballer Ohne Futsal-Vorfahrung, ohne Probleme teilnehmen Genau, das ist also so ein bisschen die Problematik Also kann ich mit einem Futsal-Spiel-Pass Was zählt? Zählt der Futsal-Spiel-Pass? Spielt der Fußball-Spiel-Pass? Fakt ist, es muss auch möglich sein Rein mit einem Fußball-Spiel-Pass zu spielen Da einige Verbände, wie du es eben gesagt hast Gar keine Futsal-Spiel-Rechte besitzen Das ist also okay Was ist jedoch in einem Fall In dem ein Spieler einen Futsal-Verein angemeldet ist Und in einem Fußball-Verein einem anderen Verband Und hier haben wir auch letztes Jahr immer wieder diskutiert Dass es eigentlich schön wäre Hier Klarheit zu schaffen Dass immer das Futsal-Spielrecht vorgeht Also gar keine Wahlmöglichkeit besteht Futsal- oder Fußball-Spielrecht Sobald ein Futsal-Spielrecht besteht Kann ich nur für diesen Verband Beim Landesauswahlturnier antreten Argument dafür finde ich immer wieder überzeugend Es besteht einfach dann auch immer ein bisschen kritische Diskussion Also warum geht man diese negativen Diskussionen Über diese Nominierung ein Wenn man das verhindern kann Zum anderen Spieler, die in einem Verband Nicht unter die Top 12 nominiert werden Warum sollten die denn überhaupt gesichtet werden In einem anderen Verband Lass doch die Plätze in den anderen Verbänden Für neue Gesichter offen Also ich finde aus Sichtungsperspektive Gibt es keinen Grund Warum man dieses Doppel-Spielrecht erlauben sollte Sondern vielleicht doch klar sagen Futsal-Spielrecht vor Fußball-Spielrecht Ich glaube das Ganze hängt aber auch ein bisschen damit zusammen Dass es zwar ein Sichtungsturnier ist Aber trotzdem für die Verbände natürlich auch Prestige bedeutet dieses Turnier zu gewinnen Im Endeffekt möchte man nicht das Schlusslicht sein Sondern man möchte natürlich so gut wie möglich Abschließen mit allen Mitteln Irgendwie spielt das doch ein bisschen mit rein Obwohl das für die Spieler natürlich wahrscheinlich Nicht das optimalste ist Wir wollen ja, dass die sich Futsal-technisch und futzal-taktisch Am besten entwickeln können und sich da zeigen Und das muss nicht unbedingt immer ein Sieg sein Aber Geschichte schreiben immer die Gewinner Deswegen werden die natürlich dann auch Wahrscheinlich für die Sichtung am interessantesten sein Aber gut, wir werden einfach mal beobachten Was dieses Jahr passiert Was glaubst du denn? Was passiert dieses Jahr? Wer sind die Favoriten? Ja, aufgrund der neuen Einschränkungen Der Alters- und vor allem der Ausländerregelung Würde es sicherlich gerade in Bayern Einige Änderungen geben müssen Also hier hatte man letztes Jahr Sechs Ausländer von sechs Spielern Also von daher muss sich hier was verändern Damit verzerrt sich natürlich auch das spielerische Bild Wir hatten letztes Jahr Hamburg, Bayern, Westfalen Könnte ich erstmal grundsätzlich auch so unterschreiben Für dieses Jahr Berlin, lange Futsal-Tradition hast du angesprochen Muss immer auf dem Plan sein Im Nordostbereich gab es auch ein Landes- Ein Verbandsturnier mit sechs Verbänden Aus dem Nordostbereich Und hier war auch Berlin sehr stark Brandenburg war auch nicht schlecht Also auch Brandenburg hat immer mit Neuenhagen Immer Futsal erfahrene Spieler Die sich auch fast nur aus diesem Verein rekrutieren Damit gut eingespielt sind Ansonsten Mittelrhein Mit dem Panthers sehr, sehr erfahren Das ist die Frage Wer letztendlich auch bei den Verbänden dann ausläuft Sind die Nationalspieler dabei? Sind sie nicht dabei? Wir hoffen, dass jeder Verband Das maximale Spielerpotenzial entfaltet Und damit würde ich sagen Hamburg, Bayern, Westfalen, Mittelrhein Könnte man erstmal so grob auf der Rechnung haben Lass uns noch kurz über die Thematik Nationalspieler sprechen Bevor ich auch nochmal ein paar Sagen wir mal Wir durch den ersten Spieltag mal durchgehen Und du sagst, welche Tendenzen du eventuell Für die Mannschaften auch siehst Oder nicht siehst Nach deiner ersten Empfehlung Es gibt jetzt den Fall Und wir haben es gehört Deswegen hast du es gerade angesprochen Dass der Mittelrhein wahrscheinlich ohne Nationalspieler antritt Obwohl dort einige erfahrene Und auch sehr talentierte Futsal-Spieler Jetzt seit einigen Jahren aktiv sind Andere Verbände Westfalen zum Beispiel Tritt mit Nationalspielern Wenn möglich und verfügbar auch an Jetzt ist die Frage Sollte, sollte nicht Wie siehst du das? Es gibt Gründe dafür Und es gibt Gründe dagegen Ja, fangen wir mit den Gründen dafür an Ein Grund dafür ist Man sollte immer kritisch mit den Spielern Die kritisch sichten Also jeder Nationalspieler Sollte sich auch neu zeigen müssen Man möchte ja Entwicklung sehen Und das geht nur im Vergleich mit allen anderen Spielern Und somit aus Sichtungsperspektive Sollen sich diese aktuellen Nationalspieler auch immer Dem Wettbewerb stellen Und sich dann auch neu herausspielen müssen Auch damit diese Nationalspieler nicht In die Lethargie der Nationalspieler verfallen Sondern es muss sich schon kompetitiv gemessen werden Und vielleicht sieht man da einige Schwächen Oder auch bestimmte Spieler Die sich sehr gut weiterentwickelt haben Also daher sehe ich aus Sichtungsperspektive Gar keinen Grund Warum man diese Spieler herausnehmen sollte Auf der anderen Seite Nicht nur das Noch dazu, bevor du die andere Seite beleuchtest Das sind natürlich auch jetzt Spieler Die sehr viel Erfahrung in den letzten Monaten Eventuell Jahren gesammelt haben Auch jeweils bei den Lehrgängen Und diese Erfahrung können die auch weitergeben Innerhalb der Landesauswahlmannschaft An die anderen Spieler Ich glaube das ist ein Punkt Den sollte man nicht unterschätzen Wenn jemand jetzt auf hohem Niveau Futsal gespielt hat Eventuell gegen andere professionelle Mannschaften Da kann man doch relativ schnell Einen Schritt nach vorne machen Und diese Erfahrung sollte man auch weitergeben Und wo besser als in der Auswahlmannschaft Absolut, dasselbe Argument Betrifft eigentlich auch die Thematik Ausländer oder nicht Oder Spieler ohne Deutschen passt oder nicht Selbe Motivation Wenn man Spieler hat aus dem Ausland Die absolut Futsal erfahren sind Lasst die bitte mitspielen Beim Länderauswahlturnier Erstens für die Spieler In der eigenen Mannschaft sehr wichtig Erfahrung zu sammeln Aber auch für die Gegner Mal gegen sehr, sehr stark ausgebildete Futsalspieler anzutreten Ist für alle ein Erfahrungsgewinn Ein Wissensaustausch findet statt Und das ist das, was wir wollen Von daher Gut, wenn man alle mitspielen lässt Die möglich sind Das muss ich halt in Grenzen halten Aber wir haben einige talentierte Spieler Ja in den letzten Jahren gesehen Ich erinnere mich auch bei euch Im Niederrhein an Robert Nospak Der natürlich da ein ganz anderes Level Mitgebracht hat Und wenn es sich in Grenzen hält Und das Ganze unterstützt Dann kann es das Turnier nach vorne bringen Natürlich sollte man Dafür gibt es ja auch die Begrenzungen Nicht zu viele Ausländer einsetzen Aber du warst bei den negativen Punkten Genau, negativ Klar, man könnte argumentieren Einmal die Nationalspieler besetzen Die Sichtungsplätze für neue Spieler Jetzt im Bereich Gerade Mittelrhein oder Westfalen Dann könnten eben vier andere Spieler sich zeigen Oder drei andere Spieler Und negativ könnte Verletzung sein Muss man den Nationalspielern Denen ja auch bald wieder Nationalmannschaftsprogramm gegenübersteht Muss man diese dem Risiko Dieses Turniers aussetzen Gerade diese Spieler Sind meistens ja im Risikobereich Denn jeder möchte sich gerade Gegen diese Nationalspieler ja behaupten Gerade in der Defensive Also langt man dann vielleicht doch mal Etwas mehr zu Als bei anderen Spielern Das könnten zwei Sachen sein Siehst du noch andere Punkte Negativ? Nö, negativ sind das eigentlich die Punkte Ich finde das Thema Verletzungsrisiko immer ein bisschen schade Es kann halt überall passieren Aber wenn es dann dort passiert Sagst du natürlich Ha, hätte er doch lieber nicht mitgespielt Aber das wäre vielleicht ein bisschen Zu opportunistisch dort Was hättest du von dem Punkt 22. Mannschaft Die ja jetzt wieder gestellt wird Weil wir haben nur 21 Landesverbände In Deutschland Durch die Nationalmannschaft Das als alternative Idee Das wäre Gut, um diese Spieler Kompetitiv mit anderen Spielern zu sehen Was da natürlich nicht standfinden würde Wäre dieser Wissensaustausch In den Verbänden Also dann wäre wieder Abwägung Was wollen wir eher Wollen wir diesen Wissensaustausch Und die Multiplikatoren Die ja Nationalspieler In den Verbänden sind Aber man könnte sie kompetitiv hinzufügen Und wir hätten eine sehr attraktive Mannschaft Auf der anderen Seite Vielleicht auch da wäre das Verletzungsrisiko extrem hoch Da dann gegen die DFB Die in die DFB natürlich extrem Gase geben würde Von daher wäre es vielleicht Das 22. Team Besser einer U21-Auswahl Oder U23-Auswahl zu stellen Um hier auch neue Spieler zu sichten Neue Spieler Dem Markt so zu führen Und ja Das könnte vielleicht So eine alternative Idee sein Als sich diese Teams Aus dem Ausland zu holen Die aus eigener Trainersicht Die unattraktiven Spiele Überhaupt des Turniers sind Also keiner hat eigentlich So richtig Interesse Gegen diese Verbände Weil wie du schon gesagt hast Es geht ja auch So ein bisschen Reibungskräfte Zwischen den Verbänden Ja es macht einfach Spaß Die anderen Verbände Eventuell zu ärgern Und bei Lothring Luxemburg Ja emotional ist das Sehr sehr neutral Würde ich mal so formulieren Also das ist die Mannschaft Die wahrscheinlich Als 22. Dazu kommt Wir wissen es nicht Das war auf jeden Fall Lothring und Luxemburg Die dies In den letzten Jahren waren Bevor wir jetzt doch wieder Wir sind relativ weit Fortgeschritten in der Zeit Durch alle elf Spiele Des ersten Tags gehen Lass mich dich nochmal Darauf festnageln Was euer erstes Spiel wird Niederrhein-Thüringen Was erwartest du Vielleicht eine erste Tendenz Wie seid ihr aufgestellt Und dann haben wir sozusagen Das Jahr 2017 Auch gut abgeschlossen Ja das natürlich jetzt Muss ich aufpassen Was ich sage Zu der eigenen Motivation Der Männer Also ich denke Thüringen ist Im Futsal-Anfangsstadium Hat auch bei dem Turnier im Nordostbereich Jetzt den letzten Platz Belegt Klassische Floskel Man darf niemanden Unterschätzen Die Jungs sind motiviert Die Jungs wollen endlich Was zeigen aus Thüringen Haben letztes Jahr Haben letztes Jahr das Feld Von hinten aufgeräumt Und wir am Niederrhein Haben auch eine Umstrukturierung Vorgenommen Neue Spieler Aufgrund der Regelung Die uns hart getroffen haben Drei Monate vor dem Turnier Diese neuen Einschränkungen Zu erfahren Also von daher denke ich Dass meine Jungs Da extrem motiviert Da rangehen Denn wir wollen auf jeden Fall Unsere Bestplatzierung Schlagen und toppen Von daher denke ich Dass wir da super motiviert sind Und der Gegner Trotzdem attraktiv ist Und wir voll Gas geben Dann schauen wir mal Wo der Niederrhein Zu Hause Dieses Jahr mal landet Hoffentlich so weit oben Wie möglich Dann bedanke ich mich Bei dir Daniel Nur noch ein paar Tage hin Dann sieht man sich wieder Wir hoffen Viele von euch Die hier zugehört haben Auch beim Landesausfallturnier Zu sehen Mit euch zu sprechen Wir versuchen euch Mit den aktuellsten Nachrichten Vom Landesausfallturnier Zu versorgen Wir bedanken uns bei euch Guten Rutsch ins neue Jahr Und dann sehen wir uns In Duisburg Bis dann Guten Rutsch Ciao Daniel